Sein letzter Fall. Schweren Herzens Nehme ich die Feder zur Hand, um diese Worte niederzuschreiben, mit denen ich ein letztes Mal von den einzigartigen Gaben, die meinen Freund Sherlock Holmes auszeichneten, berichten will. Unzusammenhängend und, wie ich tief empfinde, völlig unzureichend, habe ich versucht, von meinen seltsamen Erlebnissen an seiner Seite Rechenschaft abzulegen. Angefangen bei dem Zufall, der uns zur Zeit des Falls späte Rache vereinte, bis hin zu seinem Eingreifen in die Geschehnisse um das Marinäa-Abkommen, das mit dem unbestreitbaren Ergebnis der Verhinderung einer schwerwiegenden internationalen Komplikation endete. Eigentlich war es meine Absicht, mit dieser Episode aufzuhören und nichts von dem Ereignis zu berichten, das eine Lücke in meinem Leben riss, die sich in den beiden letztvergangenen Jahren kaum ausfüllen ließ. Aber die kürzlich erschienenen Briefe, in denen Colonel James Moriarty das Andenken seines Bruders verteidigt, zwingen mir die Feder in die Hand. Mir bleibt keine andere Wahl, als die Tatsachen der Öffentlichkeit so vorzulegen, wie sie sind. Ich allein kenne die ganze Wahrheit in dieser Angelegenheit, und es erfüllt mich mit Genugtuung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, sie nicht länger zu verschweigen. Soviel ich weiß, gelangten nur drei Mitteilungen an die Öffentlichkeit. Das, was das Journal de Genève am 6. Mai 1891 brachte, die Reuter-Depesche in den englischen Zeitungen vom 7. Mai und schließlich die vor kurzem erschienenen Briefe, auf die ich mich bereits bezog. Die erste und die zweite Meldung waren äußerst knapp gehalten, während die letzte, wie ich hier beweisen werde, eine völlige Verdrehung der Tatsachen darstellt. Es liegt bei mir zum ersten Mal zu erzählen, was sich wirklich zwischen Professor Moriarty und Sherlock Holmes zugetragen hat. Es sei daran erinnert, dass sich die sehr engen Beziehungen zwischen Holmes und mir nach meiner Verheiratung und der Errichtung meiner Arztpraxis in gewisser Hinsicht abgekühlt hatten. Er suchte mich von Zeit zu Zeit noch auf, wenn er einen Gefährten bei seinen Nachforschungen brauchte, aber diese Gelegenheiten wurden immer seltener. Und so finde ich für das Jahr 1890 nur drei Fälle in meinen Aufzeichnungen. Im Winter jenes Jahres und in den ersten Frühlingswochen des Jahres 1891 las ich in den Zeitungen, dass die französische Regierung ihn in einer Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit engagiert hatte. Und zweimal erhielt ich Nachricht von ihm, aus Narbonne und aus Nîmes, woraus er vorging, dass er lange in Frankreich bleiben würde. Deshalb war ich auch überrascht, als er am Abend des 24. April in meinem Konsultationszimmer erschien. Es fiel mir auf, dass er bleicher und dünner war als sonst. Ja, ich habe mich ein wenig zu sehr verausgabt, bemerkte er, eher als Antwort auf meine Blicke als auf meine Worte. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen heftig bedrängt worden. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich die Läden schließe? Das einzige Licht im Zimmer kam von der Lampe auf dem Tisch, unter der ich gelesen hatte. Holmes schob sich an der Wand entlang, warf die Fensterläden zu und verriegelte sie sorgfältig. »Fürchten Sie sich vor etwas?«, fragte ich. »Ja.« »Wovor?« »Vor Luftgewehren.« »Mein lieber Holmes, was soll das heißen?« »Ich denke, Watson, dass Sie mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich auf keinen Fall nervös bin. Aber es wäre eher Dummheit als Mut, wenn man sich weigerte, eine Gefahr wahrzunehmen, die einem im Nacken sitzt. »Dürfte ich Sie um ein Streichholz bitten?« Er sog den Rauch seiner Zigarre tief in sich hinein, als wäre er dankbar für dessen beruhigende Wirkung. »Ich muss mich wegen meines späten Kommens entschuldigen,« sagte er, »und ich muss Sie auch bitten, so unkonventionell zu sein, mir zu erlauben, dass ich diesmal Ihr Haus über die hintere Gartenmauer verlasse.« »Aber was hat das alles zu bedeuten?«, fragte ich. Er hielt mir seine Hand hin, und im Licht der Lampe sah ich, dass zwei Knöchel aufgesprungen waren und bluteten. »Das stammt nicht von irgendeinem luftigen Hirngespinst,« sagte er lächelnd, »sondern von einer ganz soliden Sache, bei der sich ein Mann die Hand brechen kann. Ist Mrs. Watson zu Hause?« »Sie macht gerade einen Besuch.« »Wirklich?« »Dann sind Sie also allein?« »Ganz allein.« »Das erleichtert es mir, Ihnen vorzuschlagen, mich für eine Woche auf dem Kontinent zu begleiten.« »Wohin?« »Ach, überall hin. Mir ist es gleich.« In alledem lag etwas ziemlich Befremdliches. Es war nicht Holmes' Art, ins Blaue hinein Ferien zu machen. Und sein blasses, abgehärmtes Gesicht ließ darauf schließen, dass seine Nerven aufs Äußerste gespannt waren. Er sah die Frage in meinen Augen, und er begann, die Fingerspitzen aneinandergelegt und die Ellbogen auf die Knie gestützt, mir die Lage zu erläutern. »Sie haben wahrscheinlich noch nie von Professor Moriarty gehört,« sagte er. »Noch nie.« »Tja, das ist das Sonderbare,« rief er. »Der Mann durchdringt ganz London, und keiner hat von ihm gehört.« Der Umstand bringt ihn an die Spitze der Annalen des Verbrechens. Mit allem Ernst sage ich Ihnen, Watson, »wenn ich diesen Mann schlagen, wenn ich die Gesellschaft von ihm befreien könnte, hätte ich den Höhepunkt meines Wirkens erreicht und dürfte mich einem beschaulicheren Leben zuwenden. Unter uns, die jüngsten Fälle, in denen ich Gelegenheit hatte, mich der königlichen Familie von Skandinavia und der französischen Republik nützlich zu erweisen, setzten mich in den Stand, auf die ruhige Art zu leben, die mir angemessen wäre, und meine Aufmerksamkeit ganz meinen chemischen Untersuchungen zu widmen. Aber ich könnte mich nicht zur Ruhe setzen, Watson, ich könnte nicht still in meinem Sessel hocken, wenn ich daran denken müsste, dass ein Mann wie Professor Moriarty unbehelligt durch Londons Straßen geht. Was hat er denn getan? Seine Karriere ist außergewöhnlich. Er stammt aus gutem Haus und hat eine hervorragende Erziehung genossen. Von Natur aus ist er mit phänomenalen mathematischen Gaben ausgestattet. Im Alter von 21 Jahren schrieb er eine Abhandlung über das binomische Theorem, die ein europäischer Erfolg wurde. Durch sie gelangte er auf den mathematischen Lehrstuhl einer unserer kleineren Universitäten. Und vor ihm lag, so schien es, eine äußerst brillante Laufbahn. Aber der Mann besitzt ererbte Neigungen teuflischer Art. In seinem Blut liegen verbrecherische Anlagen, die, anstatt dass sie sich abschwächten, durch seine außergewöhnlichen Geisteskräfte gesteigert und ins unendlich Gefährlichere gelenkt wurden. In der Universitätsstadt machten sich um ihn dunkle Vermutungen breit. Und schließlich war er genötigt, seinen Lehrstuhl aufzugeben und in London eine Stelle als Lehrer bei der Armee anzunehmen. So viel ist der Öffentlichkeit bekannt. Was ich Ihnen nun erzähle, habe ich selber entdeckt. Sie wissen, ja, Watson, dass niemand die Londoner Verbrecherwelt so gut kennt wie ich. Seit Jahren ist mir fortgesetzt bewusst geworden, dass eine Macht hinter dem Übeltäter steht. Eine düstere, organisierende Macht, die sich dem Gesetz immer in den Weg stellt und einen Schild über das Böse hält. Wieder und wieder und in Fällen unterschiedlichster Art, Fälschungen, Raubüberfälle, Morde, habe ich diese Macht gespürt. Und ich habe ihre Aktivität bei vielen der unaufgeklärten Verbrechen, in denen ich nicht zurate gezogen worden bin, nachgewiesen. Jahrelang habe ich versucht, den Schleier, der sie umgibt, zu zerreißen. Und schließlich kam die Zeit, da ich den Faden in der Hand hielt. Ihm folgte und er mich nach tausend listigen Windungen zu Ex-Professor Moriarty, der mathematischen Zelebrität, führte. Er ist der Napoleon des Verbrechens, Watson. Er organisiert die Hälfte von allem Bösen und fast zur Gänze alles, was unentdeckt bleibt in unserer Stadt. Er ist ein Genie, ein Philosoph, ein abstrakter Denker. Er verfügt über einen erstklassigen Verstand. Er sitzt bewegungslos wie eine Spinne im Zentrum ihres Netzes. Und dieses Netz hat tausend Fäden. Und er verspürt jedes Zittern der Fäden. Er selbst unternimmt wenig. Er plant nur. Aber er hat viele Agenten. Und sie sind glänzend organisiert. Soll ein Verbrechen begangen, zum Beispiel ein Dokument entwendet, ein Haus überfallen, ein Mann aus dem Weg geräumt werden, man wendet sich an den Professor und die Sache wird eingefädelt und ausgeführt. Der Agent kann verhaftet werden. In dem Fall findet sich Geld für eine Kaution oder einen Verteidiger. Aber die Macht im Zentrum, die den Agenten benutzt, wird nie gefasst. Nie, jedenfalls als ein der Tat Verdächtiger. Das war die Organisation, die ich verfolgt habe, Woodson. Und auf die ich meine ganze Kraft wandte, um sie zu entdecken und sie zu zerschlagen. Aber der Professor ist mit so schlau erdachten Sicherungen abgeschirmt, dass es, ich mochte anstellen, was ich wollte, unmöglich schien, Beweise in die Hand zu bekommen, die ihn vor einem Gericht hätten überführen können. Sie kennen meine Fähigkeiten, Woodson. Und doch musste ich nach drei Monaten eingestehen, dass ich auf einen Gegner getroffen war, der mir geistig gewachsen ist. Mein Entsetzen über seine Verbrechen ertrank in meiner Bewunderung für seine Geschicklichkeit. Doch endlich machte er einen Fehltritt. Nur einen kleinen, einen ganz kleinen Fehltritt. Aber es war mehr, als er sich erlauben konnte, da ich ihm so hart auf den Fersen war. Ich hatte meine Chance und wob von diesem einen Punkt ausgehend ein Netz um ihn, das jetzt zusammengezogen werden soll. In drei Tagen, also am nächsten Montag, ist die Sache reif. Und der Professor mitsamt den führenden Mitgliedern seiner Bande wird sich in Händen der Polizei befinden. Dann wird das größte Kriminalgerichtsverfahren des Jahrhunderts folgen. Die Aufklärung von über 40 dunklen Verbrechen. Und der Strick wird sie alle erwarten. Doch wenn wir uns zu früh rühren, könnten sie sogar noch im letzten Moment entkommen. Wenn ich das Ganze hätte einrichten können, ohne dass Professor Moriarty davon erfuhr, wäre alles gut gewesen. Er beobachtete jeden Schritt, den ich unternahm, als ich meinen Garn um ihn spann. Immer wieder bemühte er sich auszubrechen. Und immer wieder schnitt ich ihm den Weg ab. Ich sage Ihnen, mein Freund, wenn eine ausführliche Darstellung dieses stillen Kampfes geschrieben werden könnte, sie wäre das brillanteste Stück Räuber- und Gendarmliteratur in der Geschichte der Ermittlungen. Nie habe ich mich so erhoben gefühlt, nie aber bin ich auch von einem Gegner so hart bedrängt worden. Er setzte zu einem Tiefschlag an, doch ich parierte ihn. Heute Morgen waren die letzten Vorkehrungen getroffen, und es hätte noch drei Tage gebraucht, um die Sache zu Ende zu bringen. Ich saß in meinem Zimmer und überdachte alles noch einmal, als ich die Tür öffnete und Professor Moriarty vor mir stand. Meine Nerven sind ziemlich stark, Watson. Aber ich muss gestehen, dass ich zusammenzuckte, als ich genau den Mann, mit dem ich mich in Gedanken so viel beschäftigt hatte, auf meiner Schwelle sah. Er ist außergewöhnlich groß und dünn, die Stirn stark nach außen gewölbt, seine Augen liegen tief in den Höhlen. Er ist glatt rasiert, bleich, macht einen asketischen Eindruck, und seine Züge erinnern noch immer an einen Professor. Vom vielen Studieren geht er gebeugt. Sein Kopf ist vorgeschoben und pendelt ständig in der wachsamen Art eines Reptils. Langsam hin und her. Er beobachtete mich neugierig aus zusammengekniffenen Augen. Ihre Stirn ist schwächer ausgebildet, als ich dachte, sagte er schließlich. Mit einer geladenen Waffe in der Tasche eines Hausmantels herumzuspielen, ist eine gefährliche Angewohnheit. Tatsächlich war ich mir bei seinem Eintritt sofort der großen Gefahr, in der ich schwebte, bewusst geworden. Seine einzige Chance zu entkommen lag darin, mich für immer stumm zu machen. In Sekundenschnelle hatte ich den Revolver aus der Schublade in die Tasche gleiten lassen und hielt ihn durch das Tuch auf ihn gerichtet. Auf seine Bemerkung hin zog ich die Waffe heraus und legte sie auf den Tisch. Er lächelte und blinzelte noch immer, aber in seinen Augen lag so etwas, dass ich froh war, den Revolver in Reichweite zu haben. Sie kennen mich offensichtlich nicht, sagte er. Im Gegenteil, antwortete ich. Ich denke doch. Es ist offensichtlich, dass ich Sie kenne. Setzen Sie sich bitte. Ich habe fünf Minuten Zeit, wenn Sie etwas sagen wollen. Alles, was ich zu sagen hätte, ist Ihnen schon durch den Kopf gegangen, antwortete er. Dann haben sich meine Antwort und die Ihre wahrscheinlich gekreuzt, entgegnete ich. Stehen Sie fest? Absolut. Er steckte schnell die Hände in die Taschen und ich hob den Revolver vom Tisch. Aber er zog nur ein Notizbuch aus der Tasche, in das er einige Eintragungen gemacht hatte. Am 4. Januar haben Sie meinen Weg gekreuzt, sagte er. Am 23. haben Sie mich belästigt. Mitte Februar sind Sie mir ernsthaft auf die Nerven gegangen. Ende März haben Sie meine Pläne völlig durcheinandergebracht. Und jetzt, in den letzten Tagen des Aprils, befinde ich mich durch Ihre unausgesetzten Untersuchungen in der akuten Gefahr, meine Freiheit zu verlieren. Die Situation fängt an, unmöglich zu werden. Haben Sie irgendeinen Vorschlag? fragte ich. Sie müssen aufhören, Mr. Holmes, sagte er und ließ den Blick hin und her schweifen. Wirklich? Sie müssen? Wenn Montag vorbei ist, sagte ich. Na, na, sagte er. Ich bin ganz sicher, ein Mann Ihrer Intelligenz wird begreifen, dass es in dieser Angelegenheit nur einen Ausweg gibt. Sie müssen sich auf jeden Fall zurückziehen. Sie haben die Dinge dahin gebracht, dass uns nur noch ein Mittel bleibt. Es war ein intellektuelles Vergnügen für mich zu beobachten, wie Sie die Sache anpackten. Und es würde mir, das sage ich ganz aufrichtig, Koma bereiten, wenn ich gezwungen wäre, äußerste Maßnahmen zu ergreifen. Gefahr gehört zu meinem Beruf, warf ich ein. Das hat mit Gefahr nichts zu tun, sagte er. Es wäre unausweichliche Zerstörung. Sie stehen nicht nur einem Einzelnen im Weg, sondern einer mächtigen Organisation. Und das haben Sie bei all Ihrer Gescheitheit nicht bedacht. Sie müssen aus dem Weg gehen, Mr. Holmes, oder Sie werden zertreten. Ich fürchte, sagte ich und stand auf, dass ich über dem Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten, wichtige Geschäfte vernachlässige. Er erhob sich und stand schweigend da, wobei er bekümmert den Kopf schüttelte. Nun gut, sagte er schließlich. Es ist vielleicht ein Jammer, aber ich habe getan, was ich tun konnte. Ich durchschaue jeden Zug Ihres Spiels. Vor Montag können Sie nichts machen. Das ist ein Zweikampf zwischen Ihnen und mir. Sie hoffen, mich auf die Anklagebank zu bringen. Und ich versichere Ihnen, ich werde niemals auf der Anklagebank sitzen. Sie hoffen, Sie könnten mich schlagen. Ich sage Ihnen, Sie werden mich nie schlagen. Wenn Sie so clever sind, mich zu zerstören, seien Sie versichert, dass ich Ihnen dasselbe zufügen werde. Sie haben mir einige Komplimente gemacht, Mr. Moriarty, sagte ich. Lassen Sie mich eines zurückgeben. Wenn mir ersteres gelänge, würde ich, um dem Interesse der Öffentlichkeit zu dienen, letzteres Freudig hinnehmen. Ich kann Ihnen nur das eine versprechen, knurrte er, kehrte mir seinen runden Rücken zu und ging, blinzelnd um sich spähend aus dem Zimmer. Das war meine sonderbare Unterhaltung mit Professor Moriarty. Ich gestehe, dass sie mich unangenehm beeindruckt hat. Seine sanfte, bestimmte Art zu reden hinterließ bei mir die Überzeugung, dass er es ernst meinte, was ein einfacher Schreihals nie geschafft hätte. Natürlich werden Sie sagen, warum lassen Sie nicht die Polizei Vorsichtsmaßnahmen gegen ihn ergreifen. Das tue ich aus dem Grund nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass einer seiner Agenten den Schlag gegen mich führen wird. Dafür habe ich schlagende Beweise. Man hat sie also schon angegriffen. Mein lieber Watson, Professor Moriarty ist nicht der Mann, der wartet, bis Gras unter seinen Füßen wächst. Gegen Mittag ging ich aus dem Haus, um ein Geschäft in der Oxford Street zu erledigen. Beim Überqueren der Straße an der Ecke Banting Street und Wellbeck Street raste eine zweispännige Kutsche wie der Blitz auf mich zu. Ich sprang auf das Trottoir zurück und konnte mich um Haaresbreite retten. Der Wagen stürmte aus Richtung Mary Lee Bone Lane heran und war im Nu verschwunden. Danach blieb ich auf dem Gehsteig, Watson, aber als ich die Weir Street entlang spazierte, fiel von einem der Häuser ein Ziegelstein und zersplitterte zu meinen Füßen. Ich rief nach der Polizei und ließ das Haus überprüfen. Auf dem Dach waren Schieferplatten und Ziegelsteine für eine Reparatur gestapelt. Man wollte nicht glauben machen, es läge am Wind, dass ein Stein herunterfiel. Natürlich wusste ich es besser, konnte es aber nicht beweisen. Ich nahm eine Kutsche zur Wohnung meines Bruders in der Paul Mall, wo ich den Tag über blieb. Auf dem Weg zu ihnen wurde ich von einem Raufbold mit einem Totschläger angerempelt. Ich schlug ihn nieder und die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Aber ich kann mit absoluter Gewissheit voraussagen, dass ich zwischen dem Gentleman, dessen Schneidezähne ich mit meinen Knöcheln bearbeitete, und dem Mathematikprofessor außer Diensten, der an die zehn Meilen entfernt auf einer Wandtafel rechnerische Probleme löst, nie eine Verbindung wird herstellen lassen. Nun werden Sie verstehen, Wurzen, dass ich als erstes, nachdem ich Ihre Wohnung betreten hatte, die Läden schloss, und weshalb ich Sie um Erlaubnis bat, das Haus durch einen weniger auffälligeren Ausgang als die Vordertür verlassen zu dürfen. Ich hatte oft den Mut meines Freundes bewundert, aber nie mehr als jetzt, da er dort saß und ruhig eine Serie von Zwischenfällen abhakte, die zusammengenommen einen Tag voller Schrecken ergaben. Wollen Sie über Nacht hierbleiben? fragte ich. Nein, mein Freund, es könnte sich herausstellen, dass ich ein zu gefährlicher Gast bin. Mein Plan steht fest und alles wird gut werden. Die Dinge sind so weit fortgeschritten, dass sie sich, was die Verhaftung angeht, ohne mein Zutun vollenden, wenn auch zur Verurteilung meine Gegenwart erforderlich sein wird. Es ist also offensichtlich, dass ich nichts Besseres tun kann, als die wenigen Tage, bis die Polizei in Aktion tritt, außerhalb der Stadt zu verbringen. Es wäre mir deshalb eine große Freude, wenn Sie mich auf den Kontinent begleiten könnten. Die Praxis ist ruhig, sagte ich, und ich habe eine passende Vertretung. Ich fahre gern mit Ihnen. Gleich morgen früh? Wenn es nötig ist? Oh ja, es ist sehr nötig. Und nun, Watson, meine Anweisungen, die ich Sie bis zum Letzten zu erfüllen bitte. Denn Sie und ich spielen jetzt im Doppel gegen den gerissensten Schurken und das mächtigste Verbrechersyndikat Europas. Hören Sie also. Sie werden heute Abend noch das Gepäck, das Sie zu benötigen glauben, durch einen verlässlichen Mann zur Victoria Station expedieren lassen. Allerdings ohne das Reiseziel zu nennen. Morgen früh soll dieser Mann dann einen Handsome mieten, aber nicht den ersten Besten nehmen, der sich anbietet. Die Adresse geben Sie dem Kutscher aber erst unterwegs auf einem Zettel und weisen ihn an, den Jahr nicht wegzuwerfen. Halten Sie den Kutschlohn bereit. Und im Moment, wo der Wagen hält, tauchen Sie in den Arkaden unter und richten sich so ein, dass Sie um Viertel nach neun auf die andere Seite wechseln. Dort wartet ein kleiner Brougham am Straßenrand. Der Kutscher ist ein Bursche in einem schweren schwarzen Mantel, dessen Kragen einen roten Saum hat. In den Wagen steigen Sie ein und bis zur Abfahrt des Continental Express werden Sie auf der Victoria Station eintreffen. Wo finde ich Sie? Auf dem Bahnhof. Das zweite Coupé erster Klasse von vorn ist für uns reserviert. Wir treffen uns also im Coupé? Ja. Es wäre vergebens gewesen, Holmes zum Bleiben zu bewegen. Mir war klar, dass er glaubte, er bringe dem Haus Unheil und aus diesem Grund gehen wollte. Es folgte nun nur noch ein paar eilige Worte zu den Vorhaben des nächsten Tages, dann stand er auf und ging mir nach in den Garten. Er überstieg die Mauer, hinter der die Mortimer Street lag, pfiff einem Handsome und gleich darauf hörte ich ihn davonfahren. Am nächsten Morgen handelte ich in allem, wie Holmes mich angewiesen hatte. Mit Vorsicht wurde ein Handsome ausgewählt, um zu verhindern, dass wir an einen gerieten, der für mich bereitgestellt war. Sofort nach dem Frühstück fuhr ich zur Law of the Arcade, überquerte im Geschwindschritt die Straße und ein Brougham, auf dessen Bock ein massiger Kutscher in dunklem Mantel saß, fuhr unter Peitschenknallen in dem Augenblick ab, da ich ihn bestiegen hatte. Kaum stand ich vorm Bahnhof, wendete er den Wagen und stob davon, ohne dass der Mann auch nur einen Blick noch auf mich warf. Soweit war alles bewundernswert gut gegangen. Mein Gepäck erwartete mich und ich hatte keinerlei Schwierigkeiten, das von Holmes bezeichnete Coupé zu finden, da es das Einzige war, in dessen Fenster ein Bestellt-Schild hing. Meine einzige Sorge überhaupt erwuchs aus dem Umstand, dass Holmes nicht erschien. Die Bahnhofsuhr zeigte, dass es nur noch sieben Minuten bis zur Abfahrt waren. Vergebens durchforschten meine Blicke die Gruppe der Reisenden und Abschiednehmenden nach der geschmeidigen Gestalt meines Freundes. Nichts war von ihm zu sehen. Einige Minuten verbrachte ich damit, einem ehrwürdigen italienischen Priester beizustehen, der einem Dienstmann klarzumachen versuchte, sein Gepäck solle nach Paris aufgegeben werden. Nachdem ich noch einmal Ausschau gehalten hatte, zog ich mich in unser Abteil zurück, wo ich feststellen musste, dass der Dienstmann mir trotz der Reservierung meinen gebrechlichen italienischen Bekannten als Reisegefährten zugeteilt hatte. Es war unsinnig, ihm klarmachen zu wollen, dass er ein Eindringling sei, denn mein Italienisch war noch schlechter als sein Englisch. So zuckte ich dann resigniert die Schultern und hielt aufs Neue besorgt Ausschau nach meinem Freund. Ein Angstschauer überkam mich bei dem Gedanken, sein Ausbleiben könnte bedeuten, dass er in der Nacht einem Anschlag zum Opfer gefallen war. Die Türen waren schon geschlossen, dann ertönte der Abfahrtspfiff, als eine Stimme sagte, »Mein lieber Watson, Sie haben sich nicht einmal herabgelassen, mir einen guten Morgen zu wünschen.« In unbeherrschtem Erstaunen wandte ich mich um. Der betagte Geistliche hatte mir sein Gesicht zugekehrt. Augenblicklich glätteten sich die Runzeln. Die Nase hob vom Kinn ab, die Unterlippe wurde zurückgezogen, der Mund hörte auf zu muffeln. Feuer trat in die trüben Augen. Die kraftlose Gestalt wuchs auf. Im nächsten Moment sackte die Erscheinung wieder zusammen und Holmes verschwand so schnell, wie er gekommen war. »Lieber Gott,« rief ich, »haben Sie mich erschreckt!« »Die Vorsichtsmaßnahmen sind weiterhin nötig,« flüsterte er. »Ich habe Grund anzunehmen, dass Sie noch eifrig auf unserer Spur sind.« »Ah, da ist ja Moriarty selbst.« Während Holmes sprach, hatte der Zug sich in Bewegung gesetzt. Zurückblickend sah ich, wie ein großer Mann sich wild durch die Menge drängte und mit den Händen fuchtelte, als wolle er den Zug aufhalten. Es war zu spät, denn wir gewannen schnell an Geschwindigkeit, und einen Augenblick später lag der Bahnhof hinter uns. »Mit all den Vorsichtsmaßnahmen haben wir es sehr gut hinbekommen,« sagte Holmes lachend. Er stand auf, warf die schwarze Soutane und den Hut ab, womit er sich verkleidet hatte, und verstaute beides in einem Handköpferchen. »Haben Sie die Morgenzeitung gelesen, Watson?« »Nein.« »Sie wissen also nichts über die Baker Street?« »Über die Baker Street?« »Sie haben in unserer Wohnung einen Brand gelegt. Es ist nicht viel Schaden angerichtet worden.« »Du lieber Himmel, Holmes! Das ist unerträglich!« »Sie müssen meine Spur völlig verloren haben, seit sich Ihr Mann mit dem Totschläger in Haft befindet.« »Sonst hätten Sie nicht annehmen können, ich sei in meine Wohnung zurückgekehrt.« »Offensichtlich wurden Sie überwacht. So erklärte es sich, dass Moriarty zum Bahnhof kam.« »Sie haben nicht vielleicht einen Fehler auf Ihrem Herweg gemacht?« »Ich hielt mich genau an Ihre Anweisungen.« »Haben Sie den Brougham gefunden?« »Ja, er wartete.« »Erkannten Sie den Kutscher?« »Nein.« »Das war mein Bruder, Mycroft. Es ist von Vorteil, wenn man in solchem Fall nicht einen gemieteten Mann ins Vertrauen zu ziehen braucht. Aber wir müssen uns überlegen, was wir jetzt in Bezug auf Moriarty unternehmen.« »Da dies hier ein Express ist und er außer dem Anschluss an das Schiff hat, denke ich doch, dass wir ihn wirkungsvoll abhängen konnten.« »Mein lieber Watson, Sie haben anscheinend die Bedeutung meiner Worte nicht begriffen, als ich sagte, der Mann müsse als auf demselben intellektuellem Niveau wie ich stehend angesehen werden. Käm es Ihnen in den Sinn, dass ich mich, wenn ich der Verfolger wäre, so leicht täuschen ließe? Warum also haben Sie von ihm eine so geringe Meinung? Was wird er unternehmen?« »Was ich jetzt tun würde?« »Ja, was würden Sie denn tun?« »Einen extra Zug nehmen.« »Ist es denn dazu nicht schon zu spät?« »Auf keinen Fall. Der Zug hält den Canterbury. Und dann gibt es am Schiff immer mindestens eine Viertelstunde Aufenthalt. Dort wird er uns auflauern.« »Man könnte meinen, wir sind Verbrecher. Sorgen wir doch dafür, dass er bei seiner Ankunft verhaftet wird.« »Das hieße die Arbeit von drei Monaten ruinieren. Wir würden den großen Fisch fangen, aber die kleineren gingen uns nicht ins Netz. Montag hätten wir sie alle. Nein, wir dürfen ihn nicht verhaften lassen.« »Was aber dann?« »Wir werden in Canterbury aussteigen.« »Und wie weiter?« »Nun, von da beginnt eine Reise quer durchs Land nach New Haven. Und von dort geht sie nüber nach Dieppe.« »Colietti wird wiederum das tun, was ich täte. Er wird nach Paris fahren, unser Gepäck auskundschaften und bei der Aufbewahrung zwei Tage auf uns warten.« »In der Zeit werden wir den Fabrikanten der Länder, durch die wir reisen, auf die Beine helfen, indem wir uns mit einigen Reisetaschen ausrüsten.« »Wir nehmen unseren Weg in aller Ruhe über Luxemburg und Basel nach der Schweiz.« »Ich bin schon zu oft gereist, um mich durch einen Verlust des Gepäcks ernstlich belästigt zu fühlen. Aber ich gestehe, dass mich die Vorstellung ärgerte, vor einem Mann auszuweichen und mich verstecken zu sollen, dessen Register schwarz von unaussprechlichen Niederträchtigkeiten war.« Dennoch, Holmes begriff die Lage offensichtlich besser als ich. So stiegen wir denn in Canterbury aus und mussten feststellen, dass wir eine Stunde auf den Zug nach New Haven zu warten hatten. Ich blickte noch immer ziemlich kläglich dem Gepäckwagen, der meine Garderobe entführte, hinterdrein, als Holmes mich am Ärmel zupfte und in die Ferne wies. »Da ist er schon«, sagte er. Fern von uns, in den Wäldern Kentz, stieg dünner Rauch auf. Eine Minute später sauste eine Lokomotive mit einem Waggon um die einsehbare Kurve vor dem Bahnhof. Uns blieb kaum Zeit, einen Platz hinter einem Stoß Gepäckstücke zu finden, als das Gefährt ratternd und fauchend vorüberraste und einen Schwall heißer Luft in unsere Gesichter blies. Wir blickten den über die weichen, rüttelnden und schwankenden Waggon nach. Da fährt er nun. Die Intelligenz unseres Freundes ist doch begrenzt. Es wäre ein coup de metre gewesen, hätte er geschlussfolgert, was ich schlussfolgerte, und danach gehandelt. Und? Was würde er getan haben, wenn er uns erwischt hätte? Es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, dass er einen Mordanschlag auf mich verübt hätte. Aber das ist nun einmal ein Spiel, in dem zwei spielen. Jetzt erhebt sich die Frage, ob wir hier vor der Zeit frühstücken oder die Chance wahrnehmen sollten, zu hungern, bis wir es uns in der Bahnhofsgaststätte von New Haven gemütlicher machen können. In der folgenden Nacht kamen wir in Brüssel an, wo wir zwei Tage blieben. Am dritten Tag erreichten wir Straßburg. Montagmorgen telegrafierte Holmes an die Londoner Polizei und abends erwartete uns eine Antwort im Hotel. Holmes riss den Umschlag auf und warf dann das Blatt mit einem bösen Fluch ins Kaminfeuer. Ich hätte es wissen müssen, stöhnte er. Er ist entwischt. Moriarty Sie haben alle Bandenmitglieder festgenommen, nur ihn nicht. Er ist Ihnen entkommen. Natürlich konnte sich keiner mehr mit ihm messen, nachdem ich außer Landes war. Aber ich hatte angenommen, nun hätten Sie durch mich das Spiel ganz in Ihrer Hand. Für Sie, Watson, wäre es am besten, Sie reisten nach England zurück. Warum? Ich bin ab jetzt ein gefährlicher Begleiter. Das Gewerbe des Mannes ist ruiniert. So wie er sich wieder nach London begibt, ist er verloren. Wenn ich seinen Charakter recht deute, dann wird er seine ganze Kraft daran wenden, sich an mir zu rächen. Bei unserer kurzen Unterhaltung hat er ja so etwas gesagt. Und ich glaube, dass er es ernst gemeint hat. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, zu Ihrer Praxis zurückzukehren. Dieses Ansinnen hatte wenig Aussicht auf Erfolg bei einem alten Mitstreiter und Freund. Wir saßen in Straßburg in einer Salle à manger und debattierten die Frage eine halbe Stunde. Aber noch am selben Abend nahmen wir unsere Reise wieder auf und fuhren geradewegs nach Genf. Eine zauberhafte Woche lang durchwanderten wir das Tal der Rohn und dann, nachdem wir bei Leug abgebogen waren, ging es weiter über den noch tief verschneiten Gemmi-Pass und wir kamen via Interlaken nach Meiringen. Es war eine wunderschöne Tour. Unter uns das köstliche Grün des Frühlings, über uns das jungfräuliche Weiß des Winters. Dennoch wusste ich genau, dass mein Gefährte nicht für einen Augenblick den Schatten vergaß, der über ihm lag. In gemütlichen Alpendörfern oder auf einsamen Bergeshöhen bemerkte ich an einem schnellen Blick oder an der Art, wie er die Gesichter vorübergehender musterte, dass er sich wohl bewusst war, er könne der Gefahr, die unseren Fußspuren folgte, nicht entrinnen. Ganz gleich, wohin wir gingen. Einmal erinnere ich mich, wir hatten den Gemmi überstiegen und spazierten am Ufer des melancholischen Daubensees einher, stürzte ein großer Felsbrocken von einer Kuppe zu unserer Rechten heruntergebrochen, hinter uns mit Getöse in den See. Sofort rannte Homs den Berg hinan und drehte den Kopf in alle Richtungen, als er die luftige Höhe gewonnen hatte. Vergebens versicherte ihm unser Bergführer, dass Steinschläge in dieser Jahreszeit und an diesem Ort häufig niedergingen. Er sagte nichts, lächelte mir nur zu wie jemand, der das Eintreffen von etwas bestätigt sieht, das er erwartet hat. Doch trotz seiner Wachsamkeit fand ich ihn nie niedergedrückt. Ganz im Gegenteil. Ich kann mich nicht entsinnen, ihn jemals in solch überschwänglicher Stimmung erlebt zu haben. Immer wieder begann er davon zu sprechen, dass er, wenn er sicher sein könne, die Gesellschaft sei von Professor Moriarty befreit, mit Freuden seine Laufbahn beenden wolle. Ich denke, ich kann so weit gehen, Watson zu sagen, dass ich da nicht ganz vergebens gelebt habe, stellte er fest. Ich würde es mit Gleichmutter tragen, wenn sogar heute Abend schon mein persönliches Register seinen Abschluss fände. Die Luft Londons wäre mir desto süßer. In über tausend Fällen, so weiß ich sicher, habe ich meine Gaben nie auf der falschen Seite eingesetzt. In der letzten Zeit war ich zunehmend versucht, mich eher mit den Fragen, die die Natur aufwirft, zu beschäftigen, als mit jenen Oberflächlicheren, die dem künstlichen Zustand unserer Gesellschaft entspringen. Ihre Memoiren, Watson, werden an dem Tag abschließen, wo ich meine Laufbahn durch die Verhaftung oder mit dem Auslöschen des gefährlichsten und fähigsten Verbrechers Europas kröne. Das wenige, was mir noch zu erzählen übrig bleibt, will ich kurz und doch exakt wiedergeben. Es ist kein Thema, bei dem ich gern verweile. Dennoch bin ich mir der Pflicht bewusst, keine Einzelheit unterschlagen zu dürfen. Es war am 3. Mai, als wir im Dorf Meiringen eintrafen und dort im Englischen Hof abstiegen, der damals von Peter Steiler, dem Älteren, betrieben wurde. Unser Wirt war ein intelligenter Mann und sprach hervorragend Englisch, denn er hatte drei Jahre als Kellner im Hotel Grovenna in London gearbeitet. Auf seinen Vorschlag brachen wir am Nachmittag des Vierten zu einer Wanderung über die Berge auf. Es war unsere Absicht, die Nacht im Weiler Rosenlauie zu verbringen. Man hatte uns nachdrücklich eingeschärft, dass wir unter keinen Umständen an den Wasserfällen von Reichenbach, die auf halbem Weg liegen, vorübergehen, sondern den kleinen Umweg auf uns nehmen sollten, um sie zu besichtigen. Das ist in der Tat ein schauerlicher Ort. Der Gebirgsbach, vom schmelzenden Schnee angeschwollen, stürzt an einem gewaltigen Abgrund, aus dem der Wasserstaub aufsteigt wie der Rauch von einem brennenden Haus. Die unermessliche Tiefe, in die der Strom hinunterwirbelt, wird von glänzenden, pechschwarzen Felsen zu einem schäumenden, kochenden, unergründlichen Kessel eingeengt, der überflutet, sodass der Strom über den gezackten Rand hinausschießt. Die lange Schleppe grünen Wassers, das stetig herniederdonnert und der dichte, glitzernde Vorhang aus Wasserstaub, der stetig aufsteigt, machen einen mit ihrem unaufhörlichen Wirbeln und Getöse schwindlig. Wir standen am Abgrund und schauten hinab in das Glitzern des Wassers, das sich tief unter uns an den schwarzen Steinen brach, und lauschten auf das menschenähnliche Schreien, das mit dem Wasserstaub aus der Tiefe empor dröhnte. Der Pfad ist auf halber Höhe des Wasserfalls in den Fels gehauen, um eine gute Aussicht zu gewährleisten, endet aber jäh, und der Wanderer muss auf demselben Weg zurückkehren, den er gekommen ist. Wir hatten uns eben umgewandt, um wiederzugehen, als wir einen Schweizer Jungen mit einem Brief in der Hand auf uns zulaufen sahen. Das Schreiben trug das Firmenzeichen des Hotels, das wir gerade erst verlassen hatten. Es war vom Wirt an mich gerichtet. Danach schien es, dass wenige Minuten nach unserem Aufbruch eine englische Dame eingetroffen sei, die sich im letzten Stadium der Schwindsucht befand. Sie hatte den Winter in Davos zugebracht und hatte nun die Reise zu Freunden in Luzern angetreten, als sie plötzlich einen Blutsturz ereilte. Man nahm an, sie würde die nächsten Stunden nicht überleben, meinte aber, es würde ihr eine große Erleichterung bereiten, wenn ein englischer Doktor sich um sie kümmerte, weshalb ich zurückkehren solle, etc., etc. Der gute Steiler versicherte mir in einem Postskriptum, dass er meine Bereitschaft als einen großen Gefallen betrachten würde, da sich die Dame entschieden weigere, einen Schweizer Arzt zu konsultieren und er das Gefühl habe, an einer schweren Verantwortung zu tragen. Das war ein Appell, der nicht ignoriert werden konnte. Es war unmöglich, der Bitte einer Landsmännen, die in einem fremden Land starb, nicht zu entsprechen. Dennoch hatte ich Skrupel, Holmes allein zu lassen. Schließlich kamen wir überein, er sollte den jungen Schweizer Boten als Führer und Gefährten bei sich behalten, während ich nach Meiringen zurückkehrte. Mein Freund wollte, wie er sagte, noch ein wenig am Wasserfall verweilen und dann langsam über den Berg nach Rosenlauwe wandern, wo ich am Abend wieder zu ihm stoßen sollte. Als ich losging, sah ich Holmes mit dem Rücken an den Fels gelehnt stehen. Die Arme vor der Brust verschränkt, starrte er in den Wasserschwall hinab. Das war das Letzte, das mir von ihm in dieser Welt zu sehen bestimmt war. Kurz vor Ende meines Abstiegs schaute ich zurück. Es war von jener Stelle aus unmöglich, den Wasserfall zu erblicken. Aber ich konnte den gewundenen Pfad sehen, der über den Grat auf den Wasserfall zuläuft. Auf ihm, erinnere ich mich, schritt ein Mann sehr schnell dahin. Die schwarze Gestalt hob sich deutlich gegen den grünen Hintergrund ab. Zwar registrierte ich sie und den Nachdruck, mit der sie ging, aber sie geriet mir wieder aus dem Sinn, als ich weiterging, meinen Auftrag zu erfüllen. Es mag ein wenig mehr als eine Stunde gekostet haben, bis ich Meiringen erreichte. Der alte Steiler stand vor der Hotelhalle. Nun, sagte ich, als ich heran war, ich hoffe, es geht ihr nicht schlechter. Ein Ausdruck von Überraschung ging über sein Gesicht. Und beim ersten Runzeln seiner Brauen wurde mir das Herz schwer wie Blei. Sie haben das nicht geschrieben, sagte ich und zog den Brief aus der Tasche. In Ihrem Hotel ist keine kranke englische Dame? Ganz bestimmt nicht, rief er, obwohl der Brief das Zeichen des Hotels trägt. Ha! Der große Engländer muss das geschrieben haben, der ankam, als sie weg waren, er sagte. Aber ich wartete die Erklärung des Wirts nicht ab. Von stechender Angst getrieben, rannte ich sofort die Dorfstraße zurück und auf den Pfad zu, den ich gerade erst herabgekommen war. Mehr als eine Stunde hatte ich gebraucht, hinunter zu gelangen. Trotz aller Anstrengung vergingen zwei Stunden, ehe ich beim Wasserfall von Reichenbach wieder ankam. Da lehnte Holmes Bergstock noch immer an dem Fels, wo ich meinen Freund verlassen hatte. Aber von ihm sah ich nichts mehr. Und vergebens rief ich seinen Namen. Die einzige Antwort war meine eigene Stimme, die von den Felsen rings als kraftvolles Echo zurückgeworfen wurde. Es war der Anblick des Bergstocks, der mich vor Kälte erschauern ließ. Und dabei wurde mir übel. Er war also nicht nach Rosenlauie gegangen. Er war auf diesem drei Fuß breiten Pfad geblieben. Auf der einen Seite nichts als Felsen, auf der anderen nur der Abgrund, bis sein Feind ihn eingeholt hatte. Der junge Schweizer war auch verschwunden. Moriarty hatte ihn offensichtlich bezahlt, und er hatte die beiden Männer allein gelassen. Was war dann geschehen? Wer konnte mir davon berichten? Einige Minuten stand ich und sammelte mich, denn ich war benommen vor Schreck. Dann besann ich mich auf Holmes' Methoden und versuchte sie bei der Entschlüsselung seiner Tragödie anzuwenden. Das war, leider, eine nur zu leichte Aufgabe. Als wir uns dort unterhielten, waren wir den Pfad nicht zu Ende gegangen, und der Bergstock bezeichnete die Stelle, wo wir gestanden hatten. Der schwärzliche Boden ist durch den unablässig heranwehenden Wasserstaub immer weich, sodass selbst der Abdruck einer Vogelkralle zu sehen gewesen wäre. Zwei Reihen von Fußabdrücken zeichneten sich deutlich ab. Sie gingen bis ans Ende des Pfads. Keine verlief in umgekehrter Richtung. Einige Jahrts vor dem Ende des Pfads war der Boden aufgewühlt und in Matsch verwandelt, und die Brombeeren und Farne, die am Rand des Abgrunds wuchsen, waren zerzaust und verschmutzt. Ich legte mich auf den Bauch und blickte hinunter, vom Wasserstaub umdunstet. Es war dunkler geworden, und ich konnte jetzt in der Tiefe nur da und dort das Glitzern der Feuchtigkeit an den schwarzen Wänden sehen und ganz unten den Schimmer des sich brechenden Wassers. Ich rief, aber nur das menschenähnliche Schreien des Wasserfalls drang als Antwort an mein Ohr. Dennoch war mir bestimmt, nach allem ein letztes Grußwort von meinem Freund und Kameraden zu erhalten. Ich habe schon erwähnt, dass ein Bergstock an einem Fels lehnte, der gegen den Pfad vorsprang. Etwas Schimmerndes, das oben auf dem Brocken lag, erregte meine Aufmerksamkeit, und ich langte hinauf. Es war das silberne Zigarettenetui, das er stets bei sich trug. Als ich es ergriff, fiel ein zusammengekniffenes Papierpäckchen zu Boden, das unter dem Etui gelegen hatte. Ich entfaltete es und entdeckte, dass es aus drei Seiten bestand, die aus seinem Notizbuch herausgerissen und an mich adressiert waren. Charakteristisch für Holmes liefen die Zeilen so gerade und die Schrift so regelmäßig, als wäre der Brief in seinem Arbeitszimmer geschrieben worden. Mein lieber Watson stand da. Diese wenigen Zeilen kann ich dank dem Zuvorkommen von Mr. Moriarty schreiben, der darauf wartet, dass ich mit ihm jene Fragen bespreche, die zwischen uns offen geblieben sind. Er hat mir in Kürze auseinandergesetzt, wie er der englischen Polizei entgangen ist und wie er sich über unsere Bewegungen informiert hat. Sein Bericht bestätigte mich in der hohen Meinung, die ich mir von seinen Fähigkeiten gebildet hatte. Ich bin froh, dass es mir gelingen wird, die Gesellschaft von den Auswirkungen seines Daseins in Zukunft zu befreien, obwohl das mir, wie ich fürchte, nur um einen Preis gelingen kann, der für meine Freunde, besonders für sie, Watson, schmerzlich sein wird. Doch ich habe ihnen schon erklärt, dass meine Karriere auf jeden Fall ihren Höhepunkt erreicht hat und dass kein möglicher anderer Abschluss ihr mehr entsprechen könnte als dieser. Und wenn ich Ihnen etwas gestehen darf, ich war fest davon überzeugt, dass der Brief aus Meiringen eine Finte war und ich gestattete Ihnen, dem Ruf zu folgen, in der Überzeugung, dass eintreten musste, was denn auch eingetreten ist. Teilen Sie Inspektor Patterson mit, die Unterlagen, die er braucht, um die Bande zu überführen, seien unter dem Buchstaben M abgelegt, in einem blauen Kuvert mit der Aufschrift Moriarty. Ehe ich England verließ, habe ich meine Hinterlassenschaft geordnet und Sie meinem Bruder Mycroft übergeben. Bitte grüßen Sie Mrs. Watson und seien Sie versichert, mein lieber Junge, dass ich stets der Ihre bin. Sherlock Holmes Wenige Worte genügen, um das, was noch zu sagen bleibt, mitzuteilen. Eine durch Experten angestellte Untersuchung ließ wenig Zweifel daran, dass ein Kampf zwischen den beiden Männern stattgefunden hatte, der endete, wie er unter solchen Umständen enden musste. Sie sind beide in die Tiefe getaumelt, einer fest im Griff des anderen. Jedweder versucht, die Leichen zu entdecken, musste fehlschlagen. Und so liegen denn dort unten für immer, in diesem schrecklichen Kessel voll strudelnden Wassers und siedenden Schaums, der gefährlichste Verbrecher und der vornehmste Streiter für das Recht ihrer Generation. Der Schweizer Junge konnte nicht gefunden werden, aber es besteht kein Zweifel daran, dass er einer der zahlreichen Agenten war, die Moriarty in Diensten hielt. Was die Bande angeht, so wird es noch im Bewusstsein der Öffentlichkeit sein, wie die Beweise, die Holmes zusammengetragen hatte, sie völlig bloß stellten und wie schwer die Hand des Toten auf allen Mitgliedern lastete. Über das entsetzliche Bandenhaupt kamen während des Prozesses nur wenige Einzelheiten ans Licht. Wenn nun ich mich genötigt sah, über ihn eine klare Aussage zu machen, so geschah es, um die unbesonnenen Streiter zu widerlegen, die die Erinnerung an ihn aufzupolieren suchten, indem sie den Mann angreifen, der für mich immer der beste und weiseste Mensch bleiben wird, den ich je kannte. Untertitelung im Auftrag des ZDF,